Einen Vortrag, wie schlucke ich meine Tablette richtig, haben Sie wahrscheinlich noch nicht gehört. Wo ist da ein Unterschied zum Inhalieren? Wenn man sich das entwicklungsgeschichtlich vorstellt, ist es so, dass eben die Zufuhr von Nahrung über die Speiseröhre ja etwas Sinnvolles, Lebenserhaltendes ist. Das Einatmen von Sauerstoff ist auch lebenserhaltend, aber alle anderen Teilchen, die sollen ja nicht in die Lunge kommen. Das heißt, wenn ich hier vor 50.000 Jahren in ein Buschfeuer geraten bin, dann werden die Atemwege so ausgelegt, dass eben keine Rußpartikel, keine anderen giftigen Stoffe in die Lunge kommen. Das heißt, die Lunge ist eigentlich nicht dafür konzipiert, Medikamente einzuatmen, sondern eigentlich Teilchen der Lunge vom Leibe zu halten. Und im Rahmen dieses vom Leibe halten haben wir an erster Stelle die Nase, die Teilchen abhält. Das heißt, generell, wenn Sie jetzt keine Nasenerkrankung haben, ist das Inhalieren über die Nase nicht hilfreich, wenn Sie Lunge erreichen wollen. Die nächste Hürde, die eingebaute Hürde ist der Mund-Rachen-Raum. Und Sie sehen an dem Bild eben hier die Zunge und hier den Knick herunter in die Speisröhre und die Luftröhre. Und auch wenn Sie ein Medikament korrekt inhalieren, es gibt da Unterschiede, bleiben Ihnen bis zu 80 Prozent, bis zu vier Fünftel der Teilchen im Mund-Rachen-Raum hängen. Das heißt, es ist auch beim Gesunden nicht einfach, überhaupt eine relevante Menge in die Atemwege zu bekommen. Und daher eben dieses Thema richtig inhalieren, wirklich relevant. Der nächste Punkt ist, dass wenn Sie aus einem Medikament einen Wirkstoff inhalieren, dann ist das kein Wirkstoff mit einer präzise bemessenen Größe. Das ist ein Schrotschuss, der aus diesem System kommt. Und dieser Schrotschuss hat zur Folge, dass natürlich ganz unterschiedliche Regionen der Lunge unterschiedliche Blätter erreicht werden und auch die Größe der Munition unterschiedlich große Löcher hinterlässt. Wie schaffe ich es, diese große Streubreite einzuengen, so dass ich etwas zielgenauer möglichst viele Medikamente in die Atemwege bekomme? Eine wichtige Hilfe ist, auf der einen Seite natürlich die Munitionskugeln möglichst klein und leicht zu halten, aber ein ganz wichtiger Punkt ist das Atemmanöver. Und das soll dieses Bild hier verdeutlichen. Sie sehen auf der, ich bin eben hier zu schräg mit dem Pointer, auf der linken Seite folgendes. Spontane Inhalation, das war jetzt die Inhalation über einen Vernebler. Und bei diesem Versuch sehen Sie, dass die Schwankung der Teilchen, die die Lunge erreichen, zwischen 40 und 80 Prozent variiert. Das heißt, Sie haben bei einer normalen Inhalation von Patient zu Patient und auch von Atemzug zu Atemzug eine große Schwankung. Sie bekommen manchmal nur einen Bruchteil, manchmal das Dreifache in die Atemwege. Wie kann ich diese Schwankungsbreite zumindest vermindern? Und da ist ein Schlüssel die Geschwindigkeit der Einatmung. Je langsamer Sie einatmen, umso höher wird die Lungendeposition und umso gleichmäßiger wird die. Sie haben hier einen Inhalationsfluss von 500 Milliliter pro Sekunde. Da kann man sich wieder nichts darunter vorstellen. Aber für ein normales Dosierarosol werden Sie angehalten, ungefähr mit dieser Geschwindigkeit einzuatmen. Auch wenn Sie noch relativ langsam inhalieren, haben Sie noch eine Schwankung. Aber Sie sind deutlich besser als bei dem unkontrollierten Manöver. Je langsamer Sie inhalieren, und hier sind es dann 100 Milliliter pro Sekunde, das ist jetzt nicht praktikabel, aber da würden Sie wirklich, so sagen, jedes Molekül in die Atemwege beten, wird die Deposition höher und die Schwankungsbreite geringer. Das heißt, neben der Verteilung der Größe der Teilchen in einem System, spielt das Atemmanöver eine ganz große Rolle, um möglichst viel in die Atemwege zu bekommen. Das heißt, in der Summe Partikelgröße, Atemfluss und die Morphologie der Atemwege. Das ist ein Problem, das manchmal unterschätzt wird. Sie können hier, das ist der Kehldeckel, hier geht es in die Luftröhre, Sie haben hier die Stimmbänder. Das ist jetzt eine Region des Kehlkopfes, die zur Inhalation einlädt. Da kann man sich vorstellen, dass Teilchen leicht in die Luftröhre und in die Atemwege gelangen. Wenn Sie nun diese Anatomie haben, das kann zum Beispiel ein Patient sein, der übergewichtig ist und eine Schlafapnoe hat, dann können Sie sich vorstellen, dass es hier natürlich sehr schwierig sein wird, auch bei einem korrekten Atemmanöver überhaupt Medikamente in die Atemwege zu bekommen. Das heißt, Sie haben eine Reihe von Einflussfaktoren, das muss man letztlich mit seinem Arzt auch besprechen. Das Maß der Dinge, das heißt, passen diese Einflussfaktoren korrekt zusammen, ist natürlich die Wirkung und die Wirkung sollte aber mit möglichst wenig Nebenwirkungen erzielt werden. Das Problem ist ja, ich kann jetzt hergehen und wir haben ja auch schon über die Bedeutung der Kortison-Inhalation gehört. Wenn ich jetzt weiß, dass da nur wenig Kortison in die Atemwege kommt, dann gehe ich eben her und erhöhe die Dosis im System. Aber das kann nicht das Ziel sein, wenn Sie nämlich die Dosis erhöhen, um noch mit Mühe und Not eine Wirkung zu erreichen, werden Sie automatisch auch die Nebenwirkungsrate dramatisch erhöhen. Und das ist eben wirklich ein wichtiger Punkt bei der korrekten Inhalation, dass Sie eben möglichst viel Wirkung mit möglichst wenig Nebenwirkungen erzielen. Damit stellt sich die erste Frage beim Thema richtig Inhalieren. Welche Erkrankung? Das ist ja schon behandelt worden. Der Arzt muss mit Ihnen besprechen, liegt eine COPD vor, liegt ein Asthma vor? Und ganz wichtig auch für die Beurteilung, welches Inhalationssystem in Frage kommt, ist der Schweregrad. Die nächste Frage, die Sie beantworten müssen, ist, welche Medikamente sind erforderlich? Also es steht nicht an erster Stelle, sich das Inhalationssystem auszusuchen, sondern ich muss wissen, welches Medikament ist notwendig und dann kann ich sehen, welche Systeme zur Verfügung stehen. Dann wird die Sache auch etwas leichter. Wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Kombination aus zwei bronchial erweiternden Medikamenten, Sie haben ja das schon gehört, die Begriffe Lama-Laba wählen, haben Sie vier Inhalationssysteme zur Auswahl. Sie haben mit dem Breathehaler, mit dem Genuair und Ellipta drei Pulverinhalatoren und Sie haben den Respimat, ein System, das dem Dosierosol ähnlich ist. Das heißt, es gibt für diese Lama-Laba-Kombination kein klassisches Dosierosol. Das heißt, wenn die Entscheidung getroffen ist, Lama-Laba, dann stehen diese vier Systeme zur Diskussion. Ein anderes Beispiel, jetzt die neu auf den Markt gekommene Dreifachkombination, das heißt, Sie haben da zweimal Bronchialerweiterung und dann noch Cortison mit dabei. Da können Sie im Moment entscheiden zwischen einem Dosierosol oder zwischen einem Trockenpulver Ellipta. Das heißt, entweder Trilogy oder von der Firma Berlin Chemie Elibrato. Das heißt, wenn Sie das Medikament ausgewählt haben, dann kommt eben die Frage, welches System ist für Sie nun das Richtige. Schema, da sind meistens immer ein bisschen unübersichtlich, aber die Kernfrage, nehmen wir das Beispiel jetzt bei dieser Trippeltherapie, ist jetzt da, kommt der Patient mit einem Dosierosol zurecht oder ist für ihn das Trockenpulver die richtige Variante? Und dann sind von Arzt und Ihnen zwei Fragen zu beantworten, nämlich können Sie bei Verwendung eines Dosierarosols die Koordination zwischen Sprühstoßauslösung und Einatmung bewerkstelligen und können Sie im anderen Fall den notwendigen Einatemfluss, den Sie jetzt für ein Pulversystem haben, bewältigen. Da werde ich nochmal gleich darauf ankommen. Das heißt, die Fragen sind eben ausreichende Koordination und wie kräftig ist das Einatemmanöver. Wenn Sie gut koordinieren können, ein kräftiges Einatemmanöver haben, das heißt, die Schweregrad der Obstruktion nicht zu hoch ist, dann kommen für Sie im Prinzip hier links alle Systeme in Frage. In dem Moment, wo die Koordination gut ist, aber das Inspirationsmanöver eben zu niedrig ist, fallen eben dann die Trockenpulversysteme oder treten die Trockenpulversysteme in den Hintergrund und wenn Sie eben schlecht koordinieren können und Sie können ausreichend inspirieren, dann haben Sie natürlich auch die Möglichkeit hier mit den Trockenpulvern, aber im Prinzip auch mit den anderen Systemen zu inhalieren. Ein wichtiger Punkt, der jetzt in diesem Schema nicht so deutlich wird, neben der Koordination und dem Inspirationsfluss, ist natürlich, wie soll man das formulieren, das Alter. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel eine Arthrose haben, eine rheumatoide Arthritis, Sie haben Deformierungen der Finger, dann werden Sie sich schwer tun, ein Dosieradosol auszulösen. Sie werden aber auch manuelle Schwierigkeiten haben, manchmal mit einem Trockenpulversystem. Da kann es sein, dass dann der Vernebler die einzige Möglichkeit ist, mit der Sie es schaffen, Medikamente eben einzuatmen. Das heißt, die manuellen Fähigkeiten spielen eine große Rolle. Das sind die linken Hände und die rechten Hände sollen die Altersmedizin, die Geriatrie oder anders ausgedrückt die Gebrechlichkeit bedeuten. Das heißt, gerade Menschen, die eben dann betagt sind, die auch in einem Seniorenheim untergebracht werden, die haben auch eben nicht mehr die Fähigkeiten, eines dieser Systeme eben selber auszulösen. Auch hier kann dann der Vernebler die einzige Möglichkeit sein. Also diese Aspekte sind unbedingt zu berücksichtigen. Damit die Frage ist ja, was können Sie besser machen? Wir haben eben diese Gruppe der Dosieradosole, wir haben den Respimat und das richtige Atemmanöver zeige ich gleich. Der Unterschied des Respimats zum normalen Dosieradosol ist, dass beim Respimat der Nebel das Aerosol langsamer das System verlässt. Und Sie haben ja am Anfang von mir schon gehört, langsam ist bei der Inhalation immer ein Vorteil. Das heißt, dieses langsame Austreten und diese Wolke, die steht auch länger im Raum. Damit ist auch das Problem der Koordination nicht ganz so erheblich, sodass es eine sehr gute Alternative eben zum Dosieradosol ist. Es sind eben nur nicht alle Medikamente darin verfügbar. Wenn Sie jetzt mit einem Dosieradosol nicht zurechtkommen, weil Sie nicht gut koordinieren können, aber gleichzeitig auch die Einatmkraft nicht ausreichend ist bei einer schweren COPD, welche Möglichkeiten ergeben sich dann? Und hier ist die Möglichkeit, jetzt bin ich eins zu weit, also nochmal die korrekte Inhalationstechnik bei Dosieradosolen, das gilt auch für den Respimat, eben immer ganz wichtig vor der Inhalation tief ausatmen. Das ist ja letztlich das, was Sie auch aus der Atemtherapie mitnehmen. Sie können nur dann tief einatmen, wenn Sie überhaupt erstmal vorher tief Luft ausgeatmet haben. Nur dann steht Ihnen ein ausreichendes Volumen zur Verfügung, dass Medikamente die Atemwege nicht nur erreichen, sondern auch Zeit haben, mit der Wand der Bronchien in Verbindung zu kommen und da eben auch die Wirkung auszulösen. Deswegen ist das Tiefausatmen vor der Inhalation so einfach dahingesagt, aber eine ganz wesentliche Maßnahme, um die Lungendeposition zu erhöhen. Das Mundstück zwischen die Zähne nehmen und mit den Lippen fest umschließen und dann eben dieses Thema mit Beginn der Inhalation, also erst beginnen einzuatmen und dann einen Sprühstoß auszulösen und eben langsam und tief einatmen und wenn Sie Cortison inhalieren, insbesondere dann eben nochmal fünf Sekunden die Luft anhalten. Wenn es eben mit der Koordination nicht gut klappt, ist eben eine Alternative die sogenannten Hohlraumsysteme oder Spacer. Die werden natürlich von manchen Patienten als unhandlich bewertet, aber wenn Sie ein Dozerosol weiternehmen sollten und es mit den Pulvern nicht klappt, dann sind die Spacer eine extrem wichtige Hilfe, um die Therapie zu optimieren. Die Spacer sind weiter eine Hilfe, um lokale Nebenwirkungen, gerade bei der Cortison inhalation im Mund-Rachen-Raum zu reduzieren, weil Sie haben ja diese 80 Prozent gehörte im Mund-Rachen-Raum bleiben und wenn Sie eben einen Spacer verwenden, dann bleiben diese 80 Prozent in diesem Spacer und es kommen nur kleine Teilchen aus dem Spacer, die Sie langsam einatmen und dann auch die Lunge erreichen. Bei diesen Spacern stellt sich immer die Frage, wie wirksam sind Sie? Und das ist eine aktuelle Arbeit, bei dem ich zwei Pulver hier in Blau und Türkis und hier in diesem Orange das Dozerosol mit dem Spacer. Und Sie sehen eben nochmal hier Deposition Mund-Rachen-Raum. Für die beiden blauen Systeme sind sie zwischen 65 und 75 Prozent an Medikament, das im Rachen bei korrekter inhalation zurückbleibt. Und mit dem Spacer senken Sie diese Rate hier in dieser Studie auf 15 Prozent. In der Regel ist die Senkung sogar bis auf unter 10 Prozent dieses Belages im Mund-Rachen-Raum. Und Sie sehen, dass eben dadurch auch die Lungendeposition ansteigt, sodass es eben dann eine wirklich sinnvolle Ergänzung geben kann. Und ein weiterer wichtiger praxisrelevanter Hinweis ist folgender. Wie viel Zeit habe ich zwischen dem Sprühen in den Spacer und der Inhalation? In den Beipackzetteln steht, dass Sie quasi den Spacer in den Mund nehmen, auslösen und sofort inhalieren. Das bedeutet aber bei dieser Vorgabe, dass Sie genau wieder das gleiche Koordinationsproblem haben wie vorher. Und ich sehe dann viele Patienten, die dann wirklich am Basteln sind, der Spacer kippt ab und das funktioniert hinten und vorne nicht. Das heißt, Sie haben ein kleines Zeitfenster zwischen dem Auslösen und dem Inhalieren. Und in dieser Untersuchung sind drei verschiedene Spacer untersucht worden. Sie sehen hier Inhalation nach zwei Sekunden nach der Auslösung, nach fünf und nach zehn Sekunden. Und man kann sagen, dass Sie im Prinzip fünf Sekunden Zeit haben, bis Sie die Einatmung beginnen. Das heißt, meine Empfehlung ist, wenn Sie einen Spacer verwenden, dann sprühen Sie in den Spacer, atmen aus und da brauchen Sie vielleicht drei Sekunden dazu, nachdem Sie ausgeatmet haben, atmen Sie langsam über den Spacer ein. Auch in den hervorragenden Videos der Atemwegsliga ist das anders erklärt. Aber das ist jetzt mein persönlicher Rat. Sie haben fünf Sekunden Zeit und diese fünf Sekunden, die dienen eben genau dazu, dieses Problem der Koordination zu mindern. Und zum Thema Inhalation, Sie haben jetzt nicht alle geraucht, aber ich sage den Ex-Rauchern immer, das ist ja klar, das richtige Inhalationsmanöver ist das beim Rauchen der Zigarette, weil der hat ja versucht, möglichst viel Medikament in Anführungsstrichen in die Atemwege zu bringen. Und ich kenne jetzt keinen Raucher, der seine Zigarette geraucht hat, sondern er wird es nicht bewusst vorher ausatmen, aber es ist ein langsames und tiefes Atemmanöver. Und das ist auch das Atemmanöver für den Respimat und für das Dosier-Arosol. Jetzt haben wir mal abgearbeitet den Respimat und hier die Dosier-Arosole, aber wir haben natürlich eine große Zahl von Trockenpulversystemen. Die haben natürlich eine Entwicklung bekommen, weil es hieß, naja, Dosier-Arosol, Treibgas, das ist eben umweltschädlich, das kann man vergessen, aber es hat die Entwicklung befördert und eben dieses Thema, es gibt viele Patienten, die mit dem Dosier-Arosol eben nicht gut koordinieren können. Damit haben Sie jetzt eine Riesenzahl. Zum Grundverständnis dieser Trockenpulversysteme. Dieses Pulver liegt verklumpt in den Systemen und kann nicht regulär so eingeatmet werden, dass die Teilchen klein genug sind, die Atemwege zu erreichen. Das heißt, deswegen dieser Einatmfluss über einen gewissen Grad. Durch die Einatmung beschleunigen Sie die Teilchen. In diesen Systemen sind dann Wände, Prallwände eingebaut, auf die prallen dann die großen Teilchen und werden zerkleinert in lungengängige Anteile. Das heißt, dieser Prozess ist eben extrem wichtig, um eine Wirkung zu erreichen. Man hat aus unterschiedlichen Gründen natürlich diesem großen Ballen immer auch etwas Zucker beigemischt, um eine Geschmacksempfindung auch hervorzurufen. Nur wenn Sie im Mund Zucker spüren, dann ist das kein Signal einer adäquaten Inhalation, weil Sie wollen ja das Medikament nicht im Mund-Drachen-Raum haben, Sie wollen es in der Lunge haben. Also diese Geschichte, Zuckergeschmack wunderbar inhaliert, kann nicht stimmen. Aber wichtig ist nochmal eben dieses Bild für das Verständnis. Und damit ist eben im Unterschied zu den Dossier-Arosolen das Atemmanöver nun, dass Sie eben sehr schnell einatmen müssen, schnell und tief. Und Sie müssen auch das Flussmaximum sehr früh in der Einatmung erreichen. Sie müssen wirklich inhalieren. Wenn Sie langsam beginnen und dann mit einer Zeitverzögerung erst diesen Spitzenfluss erreichen, dann bedeutet das, dass Sie mit dem langsamen Atemzug das große Pulver aus dem System herausgeholt haben. Und wenn Sie dann versuchen zu beschleunigen, dann ist kein Pulver mehr da. Das heißt, es ist wichtig, schnell zu ziehen, fest zu ziehen und schnell zu ziehen. Jetzt habe ich Ihnen erklärt, dass für die Lungendeposition immer dieses langsame Atemmanöver wichtig ist. Das ist schon so, dass durch diese Prallplatten in den Pulvern dann die Atemluft am Mund wieder langsamer wird. Dann wird das auch langsamer. Aber es ist eben mit einer anderen Anstrengung verbunden. Wenn der Patient das kann, ist das in Ordnung. Wenn nicht, dann ist es eben nicht das richtige Gerät. Vernebler, er hat schon angekündigt, ist natürlich eine Domäne für Kinder und für betagte Patienten, die aufgrund von manuellen, aber auch geistigen Möglichkeiten mit den konventionellen Systemen nicht umgehen können. Sie können natürlich bis auf Ausnahmen Antibiotika nur mit einem Vernebler inhalieren. Und was eben vergessen wird und was mir immer im Herzen liegt, man kann die Vernebler auch mit Physiotherapiegeräten kombinieren, mit dem Cornett und mit dem PEP, um damit die Inhalation noch durch die Physiotherapie zu unterstützen. Also Vernebler haben weiter einen wichtigen Stellenwert. Es gibt so ein bisschen bei den Kollegen ein Lager. Manche scheuen das wie der Teufel. Da ist immer die Sorge, dass das eine Infektionsquelle ist, wenn Sie den alleine korrekt verwenden, auf die Hygienerichtlinien achten, ist das keine Infektquelle. Und dann kommt zum Abschluss nochmal für mich ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Es gibt jetzt Leitlinien, man weiß, was Sie eben inhalieren sollen und wenn es noch besser läuft, dann inhalieren Sie das sogar noch richtig. Und dann wissen wir aber aus vielen Untersuchungen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Sie nach einem Jahr noch die Dosis inhalieren, die Sie sollten, bei weniger als 25 Prozent liegt. Jetzt sind Sie vielleicht damit nicht betroffen, weil Sie sind ja hier eine Positivauswahl. Sie kümmern sich um Ihre Gesundheit, Sie sind bereit, an einem wunderbaren Tag hier nach Hattingen zu fahren und den Tag hier zu verbringen. Aber in der Gesamtheit gibt es sehr viele Menschen, die trotz ihrer Erkrankung ihre Medikation nicht nehmen. Und da gibt es eine Vielzahl von Gründen. Sie haben einmal unabsichtliche Gründe für die vermangelnde Therapietreue. Sie haben zu viele Tabletten, das heißt zu viele Inhalationen. Patient ist verwirrt, vergesslich, das kann ich gut nachvollziehen. Das ist ungefähr ein Viertel. Und es gibt aber auch das bewusste Nicht-Einhalten von Therapievorgaben, die Angst vor Nebenwirkungen, Therapiekosten, naja, das scheint irgendwie aus einem anderen Land zu sein, diese Studie, kein Gefühl der dauerhaften Notwendigkeit, und das ist zum Beispiel gerade bei Patienten mit Asthma ein wichtiger Punkt. Bei der COPD ist es weniger ausgeprägt. Aber beim Asthma gibt es viele Menschen, die sagen, heute will ich von diesem Asthma nichts mehr hören. Ich beschließe heute, ich habe kein Asthma mehr. Und dieses blöde Inhalationssystem, das mich an meine Erkrankung erinnert, weg damit. So ist es, ist auch akzeptabel. Man tut sich leichter, wenn man jetzt Luftnot hat, jeden Tag etwas regelmäßig zu nehmen. Aber bei Erkrankungen mit Schwankungen, mit beschwerdefreien Tagen, ist es nachvollziehbar, dass eben hier auch bewusst dann die Krankheit verleugnet wird, die Unbequemlichkeit. Und dann gibt es halt noch einen ganz wichtigen Punkt heutzutage. Wir werden, so wie heute, mit Informationen überschüttet. Im Internet, Sie haben im Internet immer das Problem, dass Information vorselektiert ist. Und es sind viele Menschen nicht in der Lage, wirklich diese Vielzahl von Informationen zu ordnen. Das meint man eben hier mit dieser Health Literacy, das heißt letztlich die Fähigkeit, Gesundheitsinformationen zu verarbeiten. Und diese Vielzahl an Inhalationssystemen, diese Vielzahl an Informationen, die führt nicht dazu, dass die Sache besser wird, sondern dass die Sache schlechter wird. Das heißt zusammenfassend, richtig inhalieren bedeutet sorgfältige Schulung bei der Erstverordnung. Das heißt aber immer auch bei der Neuverordnung die Schulung zu wiederholen. Man kann immer wieder oft Kleinigkeiten verbessern. Kein unnötiger Wechsel des Inhalationssystems. Ganz wichtig für Patienten ist, dass sie wirklich einen schriftlichen Behandlungsplan in der Hand haben. Und sehr viele Patienten tun sich schwer, weil sie auch nicht wissen, was ist jetzt meine Bedarfsmedikation? Ein Sultanol, der sich vor körperlicher Belastung inhalieren soll? Und was ist wirklich meine Dauermedikation, die ich regelmäßig symptomunabhängig, zum Beispiel morgens und abends inhaliere? Das heißt, in dem schriftlichen Behandlungsplan sollte das deutlich erkennbar sein. Und wenn Sie Probleme haben, regelmäßig Ihre Medikation einzunehmen, dann sprechen Sie es bitte an. Ich erlebe das, dass das bisher so ein Thema ist, das eher zur Seite geschoben wird. Man traut sich nicht, man möchte da sich nicht irgendwelchen unangenehmen Diskussionen aussetzen. Aber es helfen keine Leitlinien und es hilft keine Inhalationsschulung, so optimal das ist, wenn wir nicht gemeinsam Strategien auch entwickeln, die es uns ermöglichen, diese Therapie regelmäßig durchzuführen. Und wenn es sich aber zeigt, dass die Therapie auch wirklich nicht notwendig ist, dann müssen wir auch gemeinsam, Ärzte und Sie, auch die Entscheidung treffen, etwas abzusetzen. Das ist ja der nächste Punkt zu dieser Vorstellung, naja, wenn wir da jetzt irgendwas weglassen, dann habe ich da vielleicht einen Fehler. Nur wenn es wirklich nicht wirkt, gibt es auch keinen Grund, das zu nehmen. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und weise nochmal auf die Videos der Atemwegsliga hin, die es für alle wichtigen Inhalationssysteme gibt und die sehr empfehlenswert sind. Vielen Dank. Applaus Applaus